Gibt es das, dass kein Stein mehr da ist? Aber was ist, wenn ich jetzt so ein Steinhochofen hier zerlege? Den brauchen wir ja eh nicht mehr. Ja gut, da wäre ich vorsichtig mit dem... Ja gut, Steinhochofen geht ja noch. Wir haben ja einen anderen noch. Weil wir wissen ja nicht, ob wir es schaffen und wenn wir es nicht schaffen würden, dann könnte es sein, dass wir uns noch mal vorbereiten müssen. Ich hoffe ja nicht, dass das so ist, aber... Ah ja, jetzt hat es Dings gegeben. Müssen ja mit allem rechnen. Ja. So, und jetzt kriege ich zwei raus. Jawohl, super. Eins, zwei. So, dann kann ich jetzt nachher da drüben was provisorisch hinklatschen auf dem Baumstamm. Ich weiß zwar nicht, ob das geht, aber wenn man es nicht probieren, wissen wir es nicht. Ich will da einfach, äh, wie so ein Dreieck, will ich mir da hin bauen. Also im Prinzip, dass, äh, da sagst du mir, dass das, äh, dass ich da ein bisschen geschützt bin. Ja. Ja, vor den Vögeln, dass ich da vor denen halt geschützt bin. Weil die, die, äh, ja, denen gefalle ich scheinbar ziemlich gut. So, dann, was habe ich jetzt hier? Ah, aha. Zack, 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 zack. Satieren. Ja, doch. Da haben wir hier noch was. Haben wir hier noch irgendwo Fasern? Ja. Ganz normalen Fasern. Ja, klar. Ja, super. Ich habe gerade gemerkt, ich habe, äh, keine Fackeln mehr. So, die Sonne geht gleich wieder, nein, äh, der, der Sturm ist gleich rum. Wer bleibt jetzt, wer, wer, wer geht jetzt wohin? Ich gehe reparieren unten. Also, du bleibst unten, du bleibst unten an der Ding stehen, oder? Ja. Gut, dann gehe ich nach, dann gehe ich auf den, äh, Baumstamm hoch und versuche da mein Glück. Und ich gehe mal aufs Dach und, äh, falls ich merke, dass, ähm, Chris Probleme hat mit, äh, reparieren, geh ich, äh, runter und hilfe. Weil ich kann ja auf das Dach, das du hier gebaut hast, das gerade, kann ich ja ohne Probleme runter. Äh, Matze hört man mich nicht? Also, auf meinem Stream höre ich dich. Ja? Ja. Also, äh, äh, ja. Ich würde eh sagen, dass machen wir noch eine kurze Pause von, äh, drei, vier, fünf Minuten. Dann ist sowieso dann quasi nach 18 Uhr, dann können wir gerade schlafen und starten. So, ich gehe mal, Moment, ich gehe mal ganz kurz auf Pause. Ich muss zuerst gucken nach meinem Ton, die hören mich nicht im, im Stream. Okay. Moment mal. Ach, ne, das ist doch nicht wahr, ey. Hören Sie uns? Ja, euch hören Sie. Okay. Ja, ähm. Vielleicht Mikrofon mal ausstecken und wieder reinstecken. Ja, ne, normalerweise liegt das nicht an dem. Aber müsste ja theoretisch, weil am Discord kann es ja nicht liegen, sonst würden sie uns ja auch nicht hören. Hat er mich nicht performan oder werk ist, ohne Bagache zudio, sonst würden sie мат anschauen. Ver, was ich schon möge, hatte gates, mache noch einen 중. Och! Äh! War schneller. Aber die kommen ja alle auf der Seite. Chris, bist du noch da? Hallo? Sorry, wenn ich ganz kurz störe. Jürgen, man kann dich jetzt hören, aber du hast noch einen Nachhall mit drin. Also, bin wieder draußen. Hallo. Viel Spaß. Eigentlich wollte ich nicht stören. Ja, kein Problem. Viel Spaß, ich schaue euch über die Schulter. Also für die Leute, die die Stimme erkannt haben, das war kurz mal Bad Boy. Mel, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Ah, gut. Gut. Also, gut. Ja, dann muss man jetzt halt ganz einfach. Ist es so jetzt besser, Uwe, mit der Modulation? Also, da dürfte jetzt kein Echo mehr mit drin sein. Also, ich höre momentan Chris nicht. Ah, okay. aus dem Stream. Ich spiele natürlich mit euch noch weiter. Aber das macht so keinen Sinn. Ja, ist natürlich schade. Ja. Aber Uwe schreibt mir gerade, Spiel, Sound und Ton sind auch nicht da. Ja. Also, lass uns schlafen gehen, oder? Okay. Genau. So, und wer positioniert sich jetzt dann wo? Also, ich gehe aufs Dach hoch. Ja, okay. Du bleibst unten und ich gehe hoch auf den Baumstamm. Dann musst du die Dinger beide aktivieren, Mel. Ich? Ja. Ja, ich kann im Prinzip jetzt dann nur, ich kann im Prinzip jetzt dann nur abwehren, was im Prinzip jetzt unten auf die Dings zuläuft, auf die, auf das Gerät, das jetzt überträgt. Ja, ich bin ja hier in der Nähe, also ich sehe, was da für Viecher kommen. Und falls jetzt Chris Probleme hat mit dem Reparieren, kann ich relativ schnell runtergehen. Also, dann starte. Erstes aktiviert. Ja. Zweites auch aktiviert. So, jetzt geht's los. Ach, du musst, Chris, du musst an das Gerät rüber laufen, du musst es zuerst aktivieren. Jetzt geht's los. So, jetzt gibt's gleich Party hier. Ein Prozent haben wir schon. Boah. Zwei. Ja. E DAC Tracy. An. Nee. Nee. Ja. Ja.